Weiter Sprung von Tirol nach Nordkorea. Dort wurde erstmals seit Ausbruch der weltweiten Pandemie ein positiver Corona-Fall bestätigt, beziehungsweise zugegeben, ein Omikron-Fall. Diktator Kim Jong-un hat daraufhin das gemacht, was sein Regime ohne dies recht gut kann, nämlich das Land und die Städte abgeriegelt. Susanne Nevakler hat am Vormittag den Nordkorea-Experten Bernhard Seliger in Seoul telefonisch erreicht. Zum ersten Mal hat Nordkorea heute öffentlich zugegeben, dass es einen Omikron-Fall im Land gibt. Bereits vor zwei Tagen habe sich ein Lockdown in Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang abgezeichnet, berichtet der Leiter der Hans-Seidel-Stiftung in Südkorea, Bernhard Seliger. Die Leute in Pyongyang mussten alle in ihre Räuter zurückgehen, ihre Arbeitsplätze verlassen. Die Tatsache, dass Nordkorea den Covid-Ausbruch erstmals öffentlich macht, spricht für den Ernst der Lage, sagt Nordkorea-Experte Bernhard Seliger. Auf jeden Fall. Es ist ein Ausbruch, der so ernst ist, dass man denkt, man kann das jetzt nicht durch einfache Maßnahmen lösen. Laut Bernhard Seliger könnte die Öffentlichmachung des Notstandes auch ein Hinweis darauf sein, dass Nordkorea Interesse an Hilfe aus dem Ausland hat. Bislang hat Nordkorea ja alle Angebote über Impfstofflieferungen aus dem Ausland abgelehnt. In Nordkorea ist praktisch niemand geimpft. Es gebe auch nur ganz wenige Testkapazitäten, sagt der Leiter der Hans-Seidel-Stiftung in Seoul. Bleibt also der Lockdown, der in Nordkorea jetzt für alle Städte angeordnet wurde. Wie lang das gehen kann, weiß man aber nicht. Denn Nordkorea leidet unter chronischen Nahrungsmittelproblemen und für die Menschen ist es einfach unmöglich. Man sieht ja selbst in China, dass diese Probleme nicht hat, wie schwierig es ist, einen Lockdown für längere Zeit aufrecht zu haben. Laut Bernhard Seliger ist das Gesundheitssystem in Nordkorea zu schwach, um einer Pandemie zu begegnen. Denn Nordkorea habe selbst darüber Sorge geäußert. Die anhaltende Lebensmittelknappheit und die daraus resultierende Unterernährung hat die Bevölkerung in Nordkorea geschwächt. Einerseits ist die nordkoreanische Bevölkerung relativ jung. Andererseits gibt es viele Leute, die entweder geschwächt sind, die unter bestimmten Vorerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Tuberkulose, die weit verbreitet ist im Land. Nordkorea braucht in dieser Situation dringend internationale Hilfe. Es wäre ein Silberstreifen am Horizont, wenn Nordkorea beginnen würde, mit der internationalen Gemeinschaft bei der Bekämpfung von Corona zusammenzuarbeiten, sagt Bernhard Seliger. Ob Nordkorea das zulassen wird, bleibt aber vorerst noch ungewiss.